Hey, hier ist Hannah. Hannah Baker. Richtig gehört. Dein, womit auch immer du das hörst, hat keinen Wackelkontakt. Ich bin's. Live und in Stereo. Keine Wiederkehr, keine Zugabe. Und diesmal auch absolut keine Forderungen. Nimm dir was zu knabbern und mach's dir gemütlich. Denn ich werde dir jetzt die Geschichte meines Lebens erzählen. Genauer gesagt, warum mein Leben ein Ende fand. Und wenn du diese Kassetten hörst, dann bist du einer der Gründe dafür. Wirst du die Highschool überleben, werde ich überleben. Denn ich kenne zu viele Leute, die es nicht geschafft haben. Aber ich habe gelernt, dass Hass keine Lösung ist. Jessica hat recht, es ist leicht zu hassen. Aber es ist schwerer, jemanden zu lieben oder zu verstehen. Nur dadurch kümmern wir uns umeinander. Dadurch überleben wir. Die Highschool der Vito. Dass sie schmerzhaft sein kann, dass es Tage gibt, an denen sie nichts anderes sein kann. Und er sagte mal zu mir, dass er der Beweis ist, dass man sie überleben kann. Dass man es schaffen kann. Dass man es schaffen kann. Er ist ein Beweis. Ich bin es auch. Genau wie ihn. Leben oder Tod. Was ich, was ich glaube, gelernt zu haben, was ich euch sagen will, ist, was auch immer passiert, gebt nicht auf. Haltet durch. Wählt das Leben. Denn selbst am allerschlimmsten Tag gibt es Menschen, die euch lieben.